Willkommen in einer neuen Runde Chublin in Terranstown mit diesen Mongos und ein paar Sachen und zwar ich kann jetzt nicht vorstellen weil ich innocent bin und das glaubte mir jetzt Achso ja da sind natürlich Jan, Marvin, Marco und Marc Ich hab noch keine Waffen gefunden Ja, man kann diese Schalter hier Also ich hab eine Waffe in der Hand Ich hab ne Mac, Mac-Teen Aber die Map ist ein bisschen groß, kann, oh hier liegt ne Waffe rum, cool Ja, ein Diegel Bisschen wie in der sie, wer findet die Waffen Oh Gott Oh Marco 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 Aber die Map hat echt Frameschiss, oder? Junge, ich hab einfach mal 44 Was für'n Schiss, Alter Das ist nur Frameschiss in der Hause Bist du raus, Junge? Oh, Markus war aber skand Ja, ich hab keine Waffe Wenn du Traitor bist, machst du welche jetzt eh gleich Nein, ich bin recht Traitor Vielleicht bist du ja auch Traitor Nein, bin ich nicht Hallo Oh Gott Das ist wirklich toll Lol Leute, mach's nicht Alter Wir hängen Alter Ich will, ich will einfach nur runter gehen Da, da, danke Oh, hier sind Selbstmordstellen Ach hier, durch die Waffe unten Selbstmordstellen? Oh shit Lol Äh, hier Hi Jan Jan, 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 Jan Ich Marvin Marvin, lebst du noch? Ja, ja, ich lebe Marc 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 Ich, ich glaube Marc 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 Entweder, entweder ist Marc tot Marc Don pauk Marc 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 カh Marc Hey, wow, we were we were we were Mein Gruxue war, bowling Narrator Mein Crux Marc lange änder Alter Wer ist eigentlich Traitor? Das ist the big question Ja du, bist der Traitor War Mark Traitor und ist untergefallen? Das weiß man natürlich nicht Bibi, so ne Befürchtung, dass es Marvin ist Da hinten ist einer Er hat mich gerade nicht bemerkt, dass ich hinter ihm die ganze Zeit chillte Was? Ey! Was? Hä? Warte mal Leute Na, 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 na Alter Was willst du hier? Wehe, du schießt mich an Ey, ich werde beschossen Wehe Ich werde beschossen, nein Töte mich nicht Mein Gott Alter Das war doch klar Jan war es, Jan ist Traitor Ey, das ist eine Lüge, ne Dreckige Hey Hey Marco lebst du noch? Ich hasse Schotwind einfach nur Marco Waren so viel Damage Ich glaube, Jan ist auch Traitor Ach, Jan Mein Gott, Marvin Und Jan Was soll ich einmal machen? Ich doch nicht Ich doch nicht Hä? Verstehe ich nicht Nee Das ist eigentlich viel Geräusch hier auf dieser Map Oh Verdammt Ach Du Köcke Oh Gott Nice one Fuck Scheiße Shit Shit Good chap Shit 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 Ja, Mann Dann hast du noch ordentlich kassiert, Alter Ja, Mann Dann hast du frohste Fuck it, ey Wollt ja nur gucken, ob man die Map austraxen kann. Ja, hat's ja halt. Ja, ich hab 6 Punkte. Ich hab 1, was willst du? Ich hab 1. Ich weiß, wenigstens etwas, was ich gut kann, ne? Ruf mal jetzt auch mal. Alles klar, ohne Sniping-Action. Oh mein fucking Gott. Oh Gott. Hallo, hallo. Hier ist eine Waffe. Einfach mal mitgehen, hoffen wir uns ein Traitor ist. Verdammte Scheiße. Will keine Glocke haben. Alter, wie lange geht's denn hier runter? Hi. Hi, was? Ich bin aufgeflogen. Erstmal in der Wache aufgeflogen. Mann, kommst du nicht weg? Was? Loll? Alter, wie tief. Was war tief? Zugesagt. Was? Was? Das hört überhaupt nicht mehr auf. Was? Was hört nicht mehr auf? Oh, was war knapp. Ich muss mir was noch gefallen. Ey, wie? Was hört gar nicht mehr auf? Wer wie jetzt? Ey, du hast doch gesagt, du hast nicht gerade gesagt, es hört nichts mehr auf? Boah. Ich hab verstanden. Es hört gar nicht mehr auf. So. Wird angeschossen. Hä, ich bin immer noch im Slow-Mo. Von wem? Von wem? Wie, du bist in Slow-Mo? Ja, ich bin die ganze Zeit noch in der Slow-Mo. Ich weiß nicht von wem, von irgendwo weiter weg. Ich bin noch drin. Ja, ich weiß gerne. Ich bin noch drin! Wer ist das hier? Ich bin ja wieder hochgekommen, ja. Ich bin hier ganz unten irgendwo. Ich wissen wohl wo ich bin. Ich bin hier ganz unten? Komm nicht mehr auf, wegen. Sorry doch nicht. Ich komm nicht mehr zu, wegen. Leut, leut! Ah, hier. So, ich komme, Leute. So, ich bin noch drin. Ich komme Leute! Lauf! Oh Gott! Hi! Alter! Bist du etwa innocent, oder? Bist du etwa innocent? Bin ich etwa innocent? Wenn du hochkommst, dann... Du tot! Ich komme auch nicht ins Fenster! Aha! Okay, wo geht's hier lang? Geht ja, ich bin voll... Ich habe mich voll im Haus! Hey! Alter! Ja! Nice! Good job, Alex! Good job! Wie ist Jan gestorben? Ich habe ja dann gekillt und das Neifer... Und Marc? Hätte ich auch gegeben... Was? Aber ich war die ganze Zeit im Slow-Mo... Als hätte jemand eine Slow-Mo-Gun geschossen... Und die hört nicht mehr auf! Dann warst du verrückt anscheinend... Ja, ja... Wo geht's denn hier lang? Boah, ich bin zu spinnen jetzt! Die Ringe einen auf! Boah, hier unten ist das Neifer! Krass, ja krass! Boah, da ist jemand! Und... Fuck! Ich bin innocent! Werd ich... Ich hab'n so'n gerne Headshot passen können! Ey... Alter... Leben noch alle, hallo? Ja... Ich bin da! Marc? Ich bin noch am Leben! Marc? Marc ist schon wieder tot? Marc? Marc? Er ist doch nicht schon wieder tot! Er sagt bestimmt noch nichts! Glaub ich auch nicht! Wassah! Geh! Geh weg! Ich bin schon dabei! Hä? Keine... Besseren Waffen! Leil! Leil, 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 leil! Leil! Was für eine Aussicht? David? Ja? Alex? Oh, Jan? Jan? Was willst du da machen? Er schießt doch nicht! Ja, was willst du da machen? Du hast deine Waffe gewechselt! Ich nicht! Ich hab' nur ne Diegel! Ah! Okay! Vorsicht! Du laufst in Marvins Arme! Was? Da läufst! Oh, lol! Oh, lol! Da guckt er hinter den... hinter so'n... hinter so'n Fahnen dahinter her und... guckt mich direkt an und ich seh' das erstmal nicht! Woa, mal wenn... Du hast da Angst gehabt! Woa... Woa... Ja, Alter! Weg! Geh weg! Was denn? Ja, Traitor, ne? Nee. Scheiße. Oh, Alex. Alex, ist es. Alex, ist es. Sitzt er? Wollen die Fenstersteine kaputt machen? Äh. Wo ist denn jetzt Alex? Und wer ist der andere? Marvin ist dann der andere. Was ist der denn, Marc? Hey, wo war Alex denn? Weiß ich nicht, er hat doch irgendwie auf dich geschossen, oder nicht? Ja, aber ich hab's nicht gesehen. Also ich hab's wirklich nicht gesehen. Hast du Schaden genommen? Nee. Okay, gut, dann bist du auch nicht prudent. Bin ich nicht? Moment. Wo ist denn da die Logik? Ja, warum er kann dich ja auch so angeschossen haben, um uns zu verwirren. Äh, aber dann... Ich musste mal kurz Mavim machen, er war... Ja. Oh mein Gott. Oh oh. Oh oh. Pff. Alex? Jan? Ja? Jan, du bist der Einzige, der noch lebt, wahrscheinlich, ne? Hey. Ey, toll. Jetzt sagt Alex einfach nichts und dann... ...tötest du mich. Antreib. Ja. Das ist ja auch nicht. Okay. - ich habe ich habe ich habe ich habe ganz auf und ich habe daneben geschossen ich wollte so richtig so richtig eiskalt headshotten jetzt noch einmal sagen müssen jen dass du alles händen gesehen hast ja ich hätte ihn mir war das jetzt egal wer da kommt weil er sagte schon so ja jetzt spielt alex so dass er leise ist und dann tötest du mich nicht das hat ihn ein bisschen verdächtig gemacht marvin ist es was du bist es ich habe immer noch keine waffe gefunden ist eben eine leiche umgefallen denn das begleiter mann dass ich ja falsch angenommen ja ein wenig wenig wollen wir wissen ob ich falsch schon genommen habe ich habe auch röcheln genommen jetzt dann ich weiß einfach nicht wie auch hier kommen weg hebel was soll denn das oh gott ey ist hier irgendwen da hinten der windmühlenball nehmen ich ihn jetzt mal lol incendiary oder ja das war da war das nicht mehr mel launcher nee doch nicht ins interview da oben jetzt hab ich doch das meinte hab ich gesagt hey nein das ist mein dead ringer nice marvin das war schon premium was hast du gemacht marvin ich dachte mir kann sein hab ich gewonnen ja marvin marvin hat so lange ein incendiary angehalten dann ist er gestorben oh man ich dachte du kannst es nicht mehr das war witzig nein nein weil ich hatte kein leben mehr aber ich hatte wie geil ich Alex äh kajuk dabei und danach konnte ich mich treffen erstmal jan schön eiskalt direkt weg und dann er sagt so ähm ich glaube marvin ist es dabei war ich das gar nicht also war er das gar nicht das war ich ja wie geil ihr wollt mich nutzen ne bin ich ein einziges mal traiter auf dieser ok jan ist gestorben bin ich einmal traiter auf dieser minderwertigen web oh mark mark ist bestimmt traitor ja ok ok ja gut dann töte mich dann handel dir Minuspunkte an dann überhole ich dich wissen es noch ok komm ne du nicht du hast gar noch Punkte hervorsprung alter blau aber nicht oh mein gott oh mein gott da hinten fliegt da irgendwie hat den oben auf den leuchtturm drauf gesetzt leuchtturm was für ein leuchtturm oder heftig ja wer läuft da ich kann das nicht gewesen sein ich ja ok gut ich hab gesehen wie mark also mark weggeflogen ist das war so witzig aus überm luftschiff drüber hast du auch gesehen wer das benutzt hat wenn du es nicht selber warst irgendwie aber es kam von meiner richtung aus wer ist denn noch da marvin ja oh gott oh ich werd da hinten äh von da hinten einfach wer ist denn das da hinten genau auf dem äh dein schifter gedrehen wer war das wahrscheinlich warst du das marvin ich ne ich bin am turm na t wat dreiste lüge ja woher ist es denn jetzt marvin oh gott wo bist du hin wo ist er denn warte warte mark hallo 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 oh man ne doch hier nicht ok mark lebt auch das ist gut ja ja wenn nicht dann mach jetzt marvin wenn ich wüsste wo der ist oder nicht und das hat er zu ihr dazu gebracht wie er gelacht hat wieder jan jan wenn er tot mag wird auch tot sein seine art ruhig zu sein ich war im luftschiff achso der hat er gut da war ich auch gerade ein Oh, da bist du. Ach, okay. Vertreu dir noch nicht so ganz. Ja, ich stehe auch nicht. Also, du wurdest schon mal angegriffen, das ist schon klar, aber... Wer weiß, ob er ein Traitor war. Ja, er sagt, er ist am Turm und dabei steht er auf dem Luftschiff drauf. Welchen Turm meint er überhaupt? Ja, die sind lang da. Ach, da, den Turm. Alter. Geh weg, ey. Gut. Du kommst ja immer in meine Richtung, du bist es. Ich weiß nicht, wo du bist. Das war so klar. Geh weg. Nö. Hat dir nicht den Gefallen tun, rauszukommen? Das brauchst du aber nicht. Ah, Päusengang leider daneben. Hä? Gott, oh Gott. Entsteck du mit. Ah, Päusen. scheiße ja die nehmen wir jetzt bitte danke ich bin erst ja gut und nahm das hast du ja gemacht weiter ja ja bis zur nächsten runde